Zuerst den Speck kräftig anbraten. Währenddessen den grünen Spargel dünn runterschneiden. Ihr wisst ja, jetzt allesamt. Wenn ihr ein scharfes Messer haben wollt, zweit ab! Hetzerstelle Nummer! Heute gibt es eine geile Pasta mit grünem Spargel, Speck und ein bisschen Sahne. Los geht's! Dazu noch Schnittlauch grob schneiden und jetzt Spargel und Schnittlauch mit in die Pfanne zum Speck. Und durchschwenken und pfeffern das Ganze. Jetzt Temperatur runter, dann die gekochten Spaghetti dazu. Obendrauf Parmesan und das Ganze durchrühren. Sahne drauf und köcheln lassen. Jetzt angerichtet ist, obendrauf noch ein bisschen Peperoni und jetzt kommt das Entscheidende. Schön die Mettensaft direkt obendrauf. Guten Appetit! Die Einkaufsliste für Spaghetti mit Spargel. Wir brauchen Spaghetti, vier Stangen grünen Spargel, Speck, Schnittlauch, was soll das denn heißen? Ja, Sahne, Parmesan, Peperoni, Limone, Salz und Pfeffer! BegLET. Mein ey,Fisch.